Gute und herzlich willkommen zum nächsten Video und zwar heute ein ganz spezielles und besonderes Video und zwar 40 Tipps und Tricks, die ihr hoffentlich noch nicht kennt und wenn ihr sie doch kennt, ist garantiert einer dabei, den ihr noch nicht kanntet. Und zwar geht es hier um Tipps und Tricks sowohl für Einsteiger, für Fortgeschrittene als auch für Hardcore-Suchties, wie ihr einfach euer Gameplay ein bisschen smoother macht und wie sich alles ein bisschen besser anfühlt oder Sachen eben, die ihr noch nicht wusstet. Und gerade vorm Ligastart ist das richtig wichtig, deswegen fangen wir jetzt auch direkt damit an. Tipp Nummer 1, Attack Without Moving. Eine Sache, die viele Leute nicht kennen und die wirklich sehr wichtig ist. Was ist Attack Without Moving? Wie es schon sagt, ihr attackiert, ohne euch zu bewegen. Gerade im Falle von Flame Dash, das ist eine sehr wichtige Sache, weil Flame Dash hat eine Range. Wenn ich jetzt zum Beispiel ohne diesen Button hier hingehe und drücke jetzt von hier aus meinen Flame Dash ganz nach links, seht ihr, der Charakter läuft erst ein paar Meter, um dann zu Flame Dashen. Das hat den folgenden Sinn. Ich setze mit meiner Maus die Ziellocation für den Flame Dash fest. Wenn die Range des Flame Dash aber nicht so lang ist, dass er von dem momentanen Punkt bis zur Ziellocation hinkommt, läuft er eben so weit, bis er den Punkt erreicht, wo er dann mit einem Flame Dash hin kann. Das kann natürlich bei einigen Sachen ein bisschen störend sein oder auch sogar richtig schlecht. Deswegen, wenn ich jetzt hier Always Attack Without Moving anmache und dann wirklich ganz, ganz, ganz an den Rand gehe, seht ihr, er Instant Flame Dash so weit eben, wie er kann. Gerade im Fall vielleicht von Frostblades zum Beispiel, wenn ihr Early damit levelt, kann das ganz cool sein, weil bei Frostblades ist das Ganze oder bei Melee-Attacks allgemein, ist das Ganze dann ein bisschen nerviger, weil dann euer Charakter erst mal, wenn ich jetzt ein Monster finden würde, so hier. Wenn ich jetzt hier hinten stehe und klicke jetzt dann da irgendwo hin, danke, ich klicke da oben den Gegner an, dann läuft er erst mal zu dem Gegner und ist jetzt hier zum Beispiel stuck. Und dann klicke ich dahin und ist jetzt hier wieder stuck und er kann halt nicht angreifen, weil er nicht zu dem Gegner kam. Wenn ich jetzt aber hingehe und mache dieses Always Attack Without Moving an, dann seht ihr, er attackt schon aus der Range. Natürlich dürft ihr dann nicht vergessen, ne? Oh ja, okay, wenn ich jetzt halt nicht nah dran stehe, dann trifft er nicht, ne? Aber ihr habt halt immer automatisch einen Attack und damit spielt es sich einfach ein bisschen einfacher. So, kommen wir zum nächsten und das ist ein relativ neues Feature und zwar, wir nennen es mal die Swirl Teleportation. Früher muss man immer, wenn man getradet hat oder sonst irgendwas, bei dem Charakter Rechtsklick machen, Visit Hideout drücken und dann ist man erst in seinen Hideout gekommen. Jetzt hat man die Möglichkeit, ich gehe mal kurz auf DND. DND übrigens auch eine Sache, ne? Jetzt hat man die Möglichkeit, einfach diesen blauen Button zu drücken und kommt dann genau dahin, wo der andere Spieler eben ist, ja? Und das funktioniert immer. Sowohl, wenn er sich irgendwo in den Akten befindet, wenn er sich irgendwo in Akt 1 Town befindet, wenn er sich in einem Hideout befindet, wenn er sich in der Map befindet, kommt ihr in sein Hideout. Es funktioniert wirklich überall, mit Ausnahme von zwei Locations und das ist einmal, wenn der Gegenüber in der Delft ist oder wenn er im Rogue Harbor ist, also wenn er im Heißbereich ist, ja? Und deswegen, wenn ihr tradet, geht immer hierhin, geht auf den Swirl. Natürlich wissen das auch einige von den Gegenüberleuten nicht und kommen dann zum Beispiel, wenn sie gerade am Leveln sind, kommen sie aus den Akten dann in die Stadt und gehen dann in ihr Hideout, obwohl ihr direkt eigentlich schon in die Stadt kommt und das ist ein bisschen schade. Aber hoffentlich, wenn es jetzt so mehr Leute wissen, ist es dann auch ein bisschen einfacher. Und Punkt Nummer 3, Zone Farming, ja? Beziehungsweise Zonen Resetten. Gerade am Anfang und gerade auch bei Events oder bei neuen League Starts oder bei sonstigen Sachen, gibt es diese Möglichkeit, Zonen zu farmen. Diese Liga war zum Beispiel sehr beliebt oder auch in vergangenen Ligen Foothills. Da hat man die Möglichkeit, Early relativ gut Cluster-Juels zu farmen, man hat die Möglichkeit, schnell Welt-Modifier zu farmen und, 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 und. Aber wie farmt man denn so eine Zone? Das ist ganz einfach. Ihr geht an den Waypoint, wenn ihr jetzt eine Zone aufhabt, ihr seht, ich bin jetzt hier in der Zone drin und dann macht ihr Control, also Steuerung, Linksklick hier drauf, ja? Also auf diesen Waypoint und dann öffnet sich der Instanz-Manager und hier könnt ihr dann einfach eine neue Zone erstellen und zack, seid ihr in derselben Zone, aber im neuen Gebiet, also im selben Gebiet, aber in der neuen Zone eben, in der neuen Instanz, ja? Und wenn ihr hier wieder drauf klickt, seht ihr auch die alten. Die normalen Zonen haben ungefähr so einen Timer von acht Minuten, dass sie acht Minuten lang aktiv bleiben. Das heißt, wenn irgendwas in der Zone war, könnt ihr acht Minuten lang nochmal zurück, bevor sich dann die Zone schließt, ja? Die nächste Funktion, die ich euch gerne ans Herz legen würde, beziehungsweise Tipp Nummer vier, ist die Suchfunktion, ja? Viel zu wenige Leute benutzen die Suchfunktion aus unermesslichen Gründen, I don't know warum, und zwar gerade bei Dump-Tabs, ja? Also jeder kennst du hier solche Tabs und alter Schwede, was soll man da nur machen? Ich hab keinen Bock, das aufzuräumen. Wer kennt das nicht, ne? Nutzt einfach die Suchfunktion, die gibt's, ja? Ihr könnt entweder halt oldschool-mäßig da unten reinklicken oder ihr drückt einfach STRG-F und sagt dann, hey, wisst ihr was, ich will jetzt mal alle Gems hier rausmachen. Dann gebt ihr GEM ein und dann seht ihr alles, was mit Gems zu tun hat. Natürlich jeden GEM, aber halt auch Items, die einen Socketed GEM-Modifier haben zum Beispiel, ne? Und so könnt ihr einfach suchen, filtern und dann eben euer Dump-Tab aufräumen. Natürlich ist es nicht mehr so wichtig, weil, kommen wir direkt zum nächsten Punkt, es gibt ja jetzt Stash-Tab Affinities, ja? Was ist Stash-Tab Affinity und wie funktioniert dieses System? Ganz einfach, ihr habt, wenn ihr die Premium-Currencies, Stash-Tabs zum Beispiel habt, habt ihr die Möglichkeit einfach auf das Currency-Stash-Tab rechtsklick zu machen, könnt dann hier Affinity-Currency anklicken und dann, egal in welchem Tab ihr seid, wenn ihr jetzt hier in Essenzen seid und wirft Currency in euer Stash-Tab rein, geht das automatisch in das Currency-Stash-Tab. Habt ihr diese Premium-Stash-Tabs nicht, könnt ihr das trotzdem machen und zwar hier bei den normalen Stash-Tabs auch einfach oben draufklicken, rechtsklick und dann seht ihr hier die ganzen Affinities und dann könnt ihr sagen, okay, ich will jetzt, dass hier meine Currency reinkommt, in das nächste Tab kommen dann meine Maps rein und da kommen dann noch Fragmente dazu und könnt ihr das dann so eben einstellen, aufgliedern und einteilen, wenn ihr eben keine Premiums habt, ansonsten macht ihr das einfach bei den Premium-Sachen. So, die nächste wichtige Sache ist vor allem sehr, sehr wichtig für einen Leak-Start und zwar ist das Recrex. Was ist Recrex? Recrex ist eine Kombination aus Buchstaben, Wörtern, Zeichen etc., die ihr eingeben könnt, um euch eben Sachen filtern zu lassen. Normalerweise benutzt man das hauptsächlich am Leak-Start, um sich nach drei Sockel-Items zu gucken oder nach drei Link-Items und vor allem bei QAnon, da gibt es sogar eine extra Seite, der Recrex Calculator, wo ihr dann eben einstellen könnt, hey, ich will die und die und die Items angezeigt bekommen und dann werden die gehighlighted. Wie funktioniert das Ganze? Ich erkläre es euch jetzt ganz kurz einem Beispiel von eben von drei Link, ja, dass wir eben nach einem drei Link suchen und dass wir das Ganze hier auch sehen. Ich suche jetzt mal nach einem drei Link mit drei grünen, weil das das Einfachste ist, erzähle ich euch aber gleich, warum. Und zwar gehen wir dann unten einfach in der Suche ein, Green, ja, also G', G', und G, ja, und dann bekommen wir alles angezeigt, was Green, Green, Green als gelinkten Sockel hat, ja. Und da sehen wir auch hier schon, da haben wir direkt den ersten, da direkt den zweiten und wenn wir durchgehen, haben wir sonst nichts mehr, ja. Die Sache ist jetzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Green, Green, Green haben wollt, sondern einen Green, Green, Blue, müsst ihr das ein bisschen umständlicher machen, weil Green, Green, Blue, ich gucke gerade mal, ob hier überhaupt einer drin ist, müssen wir dann gleich nochmal gucken, weil Green, Green, Blue ist ja jetzt nur die Reihenfolge, die ihr gesucht habt, aber für Links ist die Reihenfolge ja egal. Was bedeutet, ihr müsst einfach mal mit Alt-GR und dann so einem Slash, ja, müsst ihr einen Zeilenspalt machen, ja, und dann auch alle anderen Möglichkeiten, die es gibt, in dieser Kombination eingeben. Das wäre dann in dem Fall Green, Blue, Green und dann haben wir nochmal eine neue Suche und das wäre dann Blue, Green, Green, ja. Und jetzt habt ihr wirklich jede Kombination, die ihr dann suchen würdet und da sehen wir, da haben wir jetzt ein Green, Blue, Green, ja. Und deswegen bei so gemischten Farben müsst ihr dann immer alle Kombinationen eingeben, was dann ein bisschen schwerer ist, wenn ihr dann irgendwie Rainbow sucht oder sonst irgendwas oder halt zwei verschiedene Möglichkeiten habt, aber das ist gar nicht so wild, weil das schreibt ihr euch einmal auf, speichert es einfach im Editor-File ab und dann könnt ihr immer wieder darauf zugreifen oder schreibt es in euer POB rein, was ihr benutzt zum Leveln und könnt dann einfach Copy-Paste machen und das Ganze dann suchen. Noch eine Sache, sehr wichtig zum Leak-Start und vor allem für neue Charts zu leveln, ihr habt Skill-Punkte und klickt euch da immer in Wolf, weil, ah, okay, gut, ich habe jetzt da einen Skill-Punkt und dann muss ich da Apply drücken und dann gehe ich da rüber und dann wollte ich noch da hin und dann Apply. Es gibt eine bessere Variante und zwar auch hier wieder einfach Control bzw. Steuerung-Links-Klick 1, 2, 3 und ich kann direkt raus und bin fertig. Mit Control-Links-Klick applyt ihr ja sofort die Punkte, die ihr anklickt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe und klick 1, 2 ohne und klickt dann den letzten mit, dann funktioniert es nicht, weil ihr seht, ich werde immer noch gefragt, hey, muss ich die Changes hier wirklich speichern? Ja, muss ich. Also ihr müsst alle Klicks machen mit Control und Linksklick und die werden dann instant applied und allocated und ihr seht hier, ihr müsst es nicht nochmal extra bestätigen. So, vorhin hatten wir schon ganz kurz den DND-Befehl gesehen. Ich zeige euch nochmal und zwar gibt es DND. Das hat zum Vorteil, dass ihr einfach, wenn ihr DND anhört, nicht angeschrieben werden könnt und es wird auch auf der Trade-Seite dann so angezeigt, dass ihr DND habt. Also das heißt, wenn ihr jetzt einfach gerade mal irgendeinen Call habt oder so wie ich jetzt ein Video aufnimmt, dann könnt ihr DND anmachen. Do not disturb heißt das übrigens. Also störe mich nicht. Und werdet nicht angeschrieben. Aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, die ihr mit solchen Commands eingeben könnt, beziehungsweise mit solchen Chat-Befehlen und die sind sehr, sehr wichtig. Zum einen haben wir da einmal slash death. Ist jetzt nicht wichtig, kann man aber mal machen. Ich glaube, dafür muss ich DND ausmachen. Slash deaths. Und da sehen wir, ich bin 265 Mal gestorben mit irgendeinem Random Charge. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann können wir noch machen Slash Plate. Zeigt uns unsere Spielzeit an. 7 Tage 13 Stunden. Würde ich mal sagen, ist gar nicht so schlecht. Was nicht mehr so sehr benutzt wird, früher hat man das mal öfter benutzt, ist Slash Remaining. Das zeigt euch an, wie viele Monster noch in der Zone sind. Ja, also in der Zone, die euch gerade befinden, zum Beispiel in der Map oder so, wenn da jetzt halt steht, dann mehr als 50. Also es geht von 0 bis 50 und ab 50 steht dann nur mehr als 50. Ja, sehr, sehr wichtig zu wissen. Und dann gerade für zum Leveln und für zum Leakstart ein ganz wichtiger und zwar Slash Passives. Mit Slash Passives bekommt ihr jeden Passive-Punkt, den es in der Story gibt, angezeigt und ob ihr den eben habt. Es gibt insgesamt 24 Passive-Punkte, die ihr durch Story-Quest, also durch diese Book of Skills bekommt. Und da seht ihr dann hier, einmal bei Deal with the Bandits gibt es natürlich zwei Stück, wenn ihr alle tötet. Und dann seht ihr hier einmal alle aufgelistet. Das heißt, wenn ihr euch da irgendeiner fehlt, wenn da irgendwo nur 0 steht, wisst ihr, oh, da muss ich noch mir ein Passive holen. Das Ganze funktioniert auch mit, das ist nämlich was, was ich neu herausgefunden habe, oder beziehungsweise neu gelernt habe. Und zwar mit Atlas Passives. Ja, ihr könnt euch beide den Atlas Passives angucken, wo ihr noch Atlas Passives zu holen habt. Ihr seht zum Beispiel hier, ich habe 5 und 5 Maven Invitation vom normalen Atlas. Ich habe Elder Slayer gemacht, ich habe 4 gemacht, ich habe Forgotten Formt. Und da stehen halt wirklich alle drin, auch eben wieder, wo sie die gibt und welche ihr da schon gemacht habt. Das ist eine sehr gute Sache und ich denke, das wussten vielleicht einige nicht. Und dann haben wir noch zu guter Letzt eine Sache, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, aber jetzt nicht so ultra wichtig. Und zwar ist das sowas hier zum Beispiel. Ihr kommt irgendwo in den Hideout rein und denkt euch, yo, der hat ja ein geiles Hideout und wollt ihr ihn jetzt aber nicht fragen oder ihr gebt euch keine Antwort, was das Verhältnis ist, woher das kommt. Ihr könnt einfach slash save unterstrich Hideout eingeben, drückt Enter und zack, da öffnet sich was und ihr könnt die Hideout Datei einfach speichern, in euren Hideout gehen und die Hideout Datei dann importieren. Das macht ihr hier unten, wenn ihr einfach den kleinen Pfeil dann, da bin ich jetzt gerade drüber, wenn ihr hier unten den kleinen Pfeil dann einfach anklickt und dann auf Import klickt. Dann öffnet sich auch wieder euer Teil und dann könnt ihr hier euer Hideout einfach importieren und es werden instant alle Sachen gekauft, die ihr braucht und alles so angerichtet, wie es eben so ist. So, nächster Punkt auf der Liste ist die schnelle Antwortmöglichkeit. Und zwar, wenn ihr Ctrl-Enter drückt, öffnet sich automatisch der Chat mit einem Whisper an den letzten, der euch angeschrieben hat. Wenn ihr jetzt aber dann euch abarbeiten wollt von euren Trade Messages oder sonst irgendwas, wenn ihr kein Trade Tool habt, dann könnt ihr danach nochmal mit Ctrl und den Arrow Keys nach oben und nach unten gehen und eure letzten Gesprächspartner eben durchscrollen. Und wenn wir gerade beim Traden sind, das nächste auf der Liste ist, ähm, es hat ein bisschen was mit Traden zu tun, aber eigentlich nicht wirklich. Und zwar eure Portals zu locken. Wenn ihr jetzt super Giga Juice Maps läuft, ja, 100% Daily mit Schlag mich tot, mega vielen Scarabs und was weiß ich, Winged Scarabs, ja, und die sind richtig teuer am Investment und ihr wollt nicht, dass wenn ihr tradet, dass da irgendein Honk dann halt reingeht, ne, dann könnt ihr einfach eure Portals locken. Auch hier wieder unten den Pfeil klicken auf Decorations und dann seht ihr hier unten rechts gibt es die Möglichkeit Hideout Optionen einzustellen, ja, und da seht ihr zum einen, wer darf überhaupt in euer Hideout rein, ja, dürfen Freunde, Guildmember, etc., Partymember rein, ja, und wer darf eure Portals benutzen, ja, da steht zum Beispiel All Party Members, ja, das heißt, sobald ihr jemanden einlädt in eure Gruppe zum Traden, darf der auch in euer Portal rein, ja, und dann könnt ihr das hier ändern auf Only Friends, Only Friends and Guildmates oder auf einfach nur ich alleine, ja. Das Ganze könnt ihr auch in der Map nochmal ändern, in der Map müsst ihr dann S drücken, S kommt euer Social Fenster auf und da geht ihr dann auf Create Party, ich guck grad mal, ob ich euch das nochmal schnell simulieren kann, und zwar, wenn ihr dann hier in der Party seid, habt ihr unten auch wieder die Party Option und könnt dann hier unten eure Portals aus der Map heraus nochmal ändern, das heißt, wenn ihr gerade in der Map seid, ihr ladet jemanden ein, geht schnell dahin, macht den Access auf Only You und dann kann er nicht mehr reinkommen. So, kommen wir nun mal zu ein paar interessanteren Sachen und zwar Currency, ja. Currency gibt es auch sehr, sehr viele Sachen und vor allem gibt es ja die Vendor in der Stadt, mit denen ihr quasi Currency flippen bzw. umtraden könnt. Eines der beliebtesten Sachen auch sowohl in Trade als auch in SSF ist, Jula Ops in Fusings zu machen, aber wenn ich jetzt hingehe, also vor allem, ich hoffe nicht, dass ihr einfach nur mit Linksklick so einen rüberzieht, wenn, dann hoffe ich natürlich, dass ihr das mit Steuerung, also mit Control-Links-Klick macht, weil dann könnt ihr einfach klicken, 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 die gehen automatisch in euer Inventar, aber es gibt noch eine Stufe oben drüber und zwar der Over-9000-Move und das ist Control-Shift-Links-Klick. Damit geht ihr hin und kauft indirekt bzw. wechselt direkt einen ganzen Stack um und da seht ihr, ich habe jetzt instant einfach 20 bekommen, wenn ich das jetzt nochmal mache, bekomme ich nochmal 20 und da sind dann meine ganze Jula weg und ich könnte das jetzt nochmal, nochmal, dann geht er hin und nimmt es auch eben, also zuerst nimmt er es aus dem Inventar und dann aus dem Stashtab und da könnte ich jetzt hier einfach alles umtraden und kriege direkt immer 20er Stacks und muss nicht klicken, 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 klicken. Kommen wir direkt auch zum nächsten, was klicken, klicken, klicken angeht. Natürlich gibt es hierfür jetzt Tools, aber ich bin eben alte Schule, ich benutze da eben keine Tools und zwar sind es Currency-Splitten bzw. Currency-Benutzen in größeren Stacks. Zum einen haben wir hier dann, ihr habt jetzt da so einen 20er Stack, wollt den verkaufen, aber ihr habt als Zell nur 17 eingegeben, das heißt, ihr müsstet den jetzt splitten. Das macht ihr, indem ihr Shift-Links-Klick drückt, dann kommt hier dieses Fenster auf, ihr könnt es dann entweder mit dem Regler machen oder einfach mit einem Keypad oder mit den Nummern oben eingeben auf 17, dann habt ihr die 17 in der Hand und könnt die dann so splitten. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt das Stack in die Hand nehmen, Shift-Klicken und dann die verteilen. Das ist vor allem, jetzt bei Currency benutzt man das nicht so, aber das ist eine sehr, sehr, sehr beliebte Sache, wenn es um Resonatoren geht. Resonatoren-Crafting, gerade Early der Liga, SSF, sehr beliebte Sache. Ihr könnt auch hier wieder einfach hingehen, nehmt euch ein Stack, Shift-Links-Klick und könnt die dann verteilen. Natürlich habt ihr manchmal so ein bisschen Fischfinger und klickt die übereinander, aber so könnt ihr die ganz schnell verteilen. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt. Das ist ein super, super geiler Übergang. Ich habe wieder DND vergessen, die wir hier gerade finden. Upsala. Und zwar ist das, wer kennt das nicht, das ist jedem schon mal passiert, ja, und auch wie ihr, wieder eine Sache, die ich neu gelernt habe. Wenn ihr euch Fossil nimmt und die Resonatoren befüllen wollt und ihr dann hinklickt und klickt und klickt und klickt und au, ja, ne. Punkt Nummer eins, das hier passiert, ne. Und wem ist es nicht schon passiert? Es passiert einfach mal, wenn ihr nicht ordentlich klickt. Da gibt es den Gigatrick und der ist auch eigentlich ganz einfach, wenn man ein bisschen drüber nachklickt. Macht das auch wieder mit Shift, weil wenn ihr es mit Shift macht, sagt ihr ja dem Game eigentlich hier, er soll die splitten, aber behalt den Stack in der Hand. Wenn ich den Stack in der Hand behalte, kann ich ja nichts mit dem Stack in der Hand tauschen, weil ich ja sage, behalt den Stack in der Hand. Und das heißt, ich kann hier hinklicken, wo ich will, ja. Ihr seht, da passiert gar nichts, ne. Ich klicke mir hier in Wolf, da geht kein Resonator rein, es wird auch nichts getauscht, weil halt eben das Spiel sagt, hey, behalt den Stack Fossils in der Hand und ich kann dann hingehen und kann hier ganz schnell klicken und wenn ich halt irgendeinen nicht trifft, dann ist es so und ich kriege nicht automatisch den Resonator in die Hand und muss dann wieder switchen. Kommen wir noch zu einem ganz kleinen Punkt, den ich vorhin irgendwo vergessen habe mit einzubauen, aber der ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist nur nice to know und zwar Stashtab Affinity. Wenn ihr jetzt ja hier zum Beispiel seht, ich habe Skin of the Lords hier drin und habe meinen Unique-Tab eben auf Uniques Affinity eingestellt, ja, und ich bin jetzt irgendwo hier zum Beispiel und will jetzt hier die Skin of the Lord reinlegen, das funktioniert nicht, weil ich ja schon eine Skin of the Lord in meinem Unique-Tab drin habe und da können nicht mehr reingehen. Natürlich könnte ich jetzt das Infinity-System umstellen, ist ja aber ein bisschen kontraproduktiv, weil das soll ja eigentlich so stehen bleiben, wie es eingestellt ist. Dazu könnt ihr auch einfach wieder hingehen und um das zu umgehen, drückt ihr wieder Ctrl-Shift-Links-Klick und dann geht es in das Tab, wo ihr eben gerade seid. Das funktioniert sowohl mit Uniques als auch Currency, Resonatoren etc. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Liste und zwar sind das die Bandits. Ganz klar, viele, viele von euch nehmen am Leak-Start, vor allem für SSF oder auch gerade für HC, Allierer als Bandit-Choice, um einfach ein bisschen early diese Resi-Cap zu bekommen, ja, weil 15 Resi sind 15 oder 12? Schreibt es mir in die Kommentare, ob 15 oder 12 Resis. Resis sind auf jeden Fall ziemlich gut am Leak-Start, aber eigentlich wollt ihr in eurem Endgame-Build meistens die zwei Skill-Punkte haben, wenn ihr eben alle Bandits tötet. Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, wie ihr das wechseln könnt. Ich habe jetzt momentan nur eine Möglichkeit parat, weil für alle anderen ist es genau das Gleiche, nur ganz knapp anders. Und zwar könnt ihr eure Sachen wechseln, indem ihr jeweils ein Amulett der richtigen Zuordnung eben wendert mit 20 Orb of Regrets. Hier in unserem Beispiel haben wir jetzt ein Jade-Amulett. Jade steht für, ich sag jetzt mal, grün und für Attacks und sowas. Das heißt, wir haben hier Crayton, ja, weil Crayton ist der, der irgendwie so ein bisschen eben auf Dexterity gebaut ist, ja. Würden wir jetzt hier ein Lapis-Amulett, also ein Int-Amulett nehmen, würden wir Allierer bekommen. Und hätten wir hier dann ein Stärke-Amulett, ja, und würden wir Oak bekommen, weil Oak eben, ihr seht, was für Attacken die benutzen und so, er ist eben stärker flavored. Und dann würden wir Book of Reform mit Oaks Flavor bekommen und könnten den dann einfach nutzen und würden dann die Boni von dem jeweiligen bekommen. Natürlich wollen wir das nicht, sondern wir wollen ja eigentlich dann von Allierer auf zwei Skill-Punkte wechseln, wo wir dann einfach hingehen und dann ein Onyx-Amulett benutzen und 20 Orb of Regrets. Und dann bekommen wir Aramir's Favor und wenn wir das dann benutzen, bekommen wir dann die zwei Skill-Punkte. So, bis jetzt, wenn ihr soweit schon zugeguckt habt, erstmal Daumen hoch, ja. Und hoffentlich auch bei mir im Video Daumen hoch. Und ich hoffe, es war irgendein Tipp schon dabei, der euch weitergeholfen hat. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge Tipps, die da folgen. Aber ich wollte einfach schon mal sagen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und für die ganzen Kommentare unter den Videos. Ihr hilft mir wirklich sehr, sehr. Und deswegen würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Lasst ein Abo da. Klingelt die Glocke, dass ihr die nächsten POE-Videos nicht verpasst. Aber jetzt weiter im Text. Kommen wir kurz ein bisschen zu Wender-Rezepten. Es gibt zwei Wender-Rezepte, die kann ich jetzt leider nicht simulieren, weil ich es nicht gut vorbereitet habe. Shame on me. Und zwar gibt es einmal das Wender-Rezept für die Lore-Weave-Unique-Brust. Dazu braucht ihr einfach ein ganzes Inventar und damit meine ich wirklich ein ganzes Inventar an Unique-Ringen. Sprich 60 an der Zahl. Das ist egal, ob die identifiziert sind. Es ist egal, welches Item-Level die haben. Es ist egal, ob die Corrupted sind. Es müssen einfach nur 60 Unique-Ringe sein. Und dafür bekommt ihr dann eine Lore-Weave. Lore-Weave ist eine ziemlich nette Startbrust. Gerade in der neuen Liga jetzt, wo die Uniques und die Divines ein bisschen mehr Value haben, könnte eine gut gerollte Lore-Weave sogar richtig, richtig wertvoll sein. Also hebt eure Ringe auf jeden Fall auf. Welche Ringe ihr auch aufheben solltet, das sind die Preach-Ringe. Wenn ihr das ganze Rezept anstatt mit Unique-Ringen mit Preach-Ringen macht, also die coolen Corrupted-Ringe, die aus einer Preach raus troppen, dann bekommt ihr eine Crasping-Mail. Crasping-Mail ist eine komische Body-Armor, sag ich jetzt mal, die besondere Stats haben kann. Zum Beispiel 100% Increased Global Defenses. Das ist ein sehr beliebter Mod und diese Brüste können gerade für Crafter sehr, sehr wertvoll sein. Also habt da auch ein Auge drauf. So, nächstes Rezept in der Liste ist das Scarab-Rezept. Wait, was? Scarab-Rezept? Es gibt Rezept für Scarabs? Yep, das gibt es wirklich. Und zwar, jeder kennt es. Oh, guck mal da, ich hab so, hier, da, Shaper-Scarabs. Wer benutzt denn schon Shaper-Scarabs? Oder hier, Torment-Scarabs. Was soll ich denn mit denen machen? Habt gar keine Ahnung, was ich damit machen soll. Oh, verkauft sie und tradet sie einfach in andere Scarabs rein. Natürlich könnt ihr diese Randomizer-Node nehmen, die ihr im Atlas Path of Tree skillen könnt, aber die ist eben random. Ich meine, hier bekommen wir auch nur was random zurück, aber immerhin können wir danach noch selbst entscheiden, ob wir das laufen wollen. Und zwar braucht ihr dazu quasi zwei Scarabs der gleichen Sorte und der gleichen, ähm, ja, Seltenheit. Also entweder Rusted, Polished oder Gilded oder Winged, wenn ihr das Ganze übertreiben wollt, ja. Und dazu dann einen Orb of Horizon, ja. Ich zeige euch das Ganze mal, wenn ich jetzt hier 10 reinlege, seht ihr, passiert gar nichts. Ich bekomme einfach zwei Scores of Wisdom rein, ja. 20, genau dasselbe, ja. Aber lege ich jetzt hier die ganzen 40 rein und dazu meine 20 Orb of Horizon. Oh, dann kriege ich auf einmal 20 Päckchen zurück. Diese Päckchen sind immer eben ein Hidden Item mit einem random Scarab, ja. Und dann kriege ich OK und dann gucke ich in mein Inventar und guck mal da. Vier Blight Scarabs, vier Legion Scarabs bekommen vier Abyss Scarabs, vier Beastiary Scarabs und vier Torment, ne. Aber es hat sich ordentlich was gewechselt und was geändert, ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, was ihr mit euren Scarabs machen könnt, die ihr nicht mehr braucht. Bedenkt hierzu aber immer, ihr braucht zwei gleiche und ein Orb of Horizon dazu. Wo wir dann auch beim nächsten Rezept wären und das lege ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz. Und zwar gerade für den Leak Start. Lernt eure Rezepte, sage ich jetzt mal, ja. Vor allem für Spellcaster-Bilds und vor allem für Mini-Bilds. Eigentlich für jedes Bild ist es sehr, sehr wichtig, immer wieder ein Upgrade zu bekommen, dass euer Leveling sich nicht schlecht anfühlt, ja. Also guckt, welche Leak Starter-Tipps gibt es da für Wenderezepte. Es gibt das Wenderezept für Added Lightning Damage to Spells, was sehr, sehr gut ist, ja. Prägt euch das Rezept ein, guckt, was ihr dazu dann braucht, ja. Und guckt, dass ihr das dann euch organisiert in dem Level-Bereich, ja. Und geht auch eben auf eure Items so ein, dass ihr das dann rausbekommt, um dann eben den Riesen-Power-Spike von einem, keine Ahnung, Level-20-Craft Added Lightning Damage to Spells zu bekommen, der euch hier wirklich immens viel Damage bringt. Weil ich sehe sehr, sehr viele Leute, die in Akt 3, Akt 4 rumlaufen mit einer weißen Wand, weil nichts getroppt ist. Oder eine gelbe Wand anhaben, wo aber kein Damage-Stat drauf ist, ja. Und einfach so ein Craft machen, gibt euch immens viel Damage. Und vor allem bei Melee-Damage ist es sogar noch wichtiger, weil Melee-Damage müsst ihr eure Waffe sehr, sehr häufig wechseln, weil eben der Melee-Schaden von dem Waffenschaden abhängig ist. Als nächstes haben wir Favorite Maps. Das ist eine ziemlich neue Funktion und einige haben es sehr wahrscheinlich überlesen in den Patch Notes vor zwei Ligen, glaube ich. Weil, wer liest schon Patch Notes? Und zwar geht es hier um die Favorite Map Systems, wie ihr die wechseln könnt. Früher war es ja immer so, man musste hingehen, okay, hier Favorite Map. Ich hätte da jetzt gern, oh, guck mal, Dune's ist cool und Dune's ist cool und Dune's ist cool und Dune's ist cool und eigentlich wollte ich noch was anderes. Okay, nehmen wir hier nochmal Jungle Valley und Jungle Valley. Und ihr seht schon, man muss immer mega viel klicken und von da nach links nach rechts gehen und so. Das braucht ihr jetzt alles gar nicht mehr. Ihr könnt jetzt einfach hingehen und könnt sagen, ey, wisst ihr was, das will ich eigentlich alles gar nicht, sondern ich wollte eigentlich immer nur Strand haben, ja. Und dann geht ihr hin, macht einmal Strand rein und dann klickt ihr einfach da drauf und da drauf. Ihr klickt auf DMap und DMap und DMap und DMap und da und da und da und da. Also ihr könnt jetzt auch einfach aus eurem Favorite Map Slot eben die Maps anklicken, um sie zu duplizieren, zu Favoriten eben. So, das nächste geht auch wieder um Vendor Receipts. Ihr merkt es schon, Vendor Receipts sind eine ziemlich, ziemlich wichtige Sache und zwar ist es Vendor Receipts für Gems, ja. Zum einen haben wir den Standard Gemflip, ja. Was ist gemeint mit Gemflipping und wann solltet ihr das machen? Und zwar wird Gemflipping dann gemacht, wenn euer Gem Level 20 erreicht und ihr dann eben Quality drauf machen müsst, ne. Natürlich könnt ihr dann hingehen und könnt 20 GCPs benutzen, sind aber am Anfang der Liga ziemlich selten, teuer, ne. Und es lohnt sich nicht für die meisten Support Gems auf jeden Fall, ja. Und das heißt, ihr könnt dann hingehen und könnt euer Gem auf Level 20 leveln. Wenn der dann Level 20 ist, verkauft ihr den einfach bei einem Händler zusammen mit einem Gem Catast Prism und bekommt dann ein Level 1 Scam zurück, aber dafür mit 20 Quality. Das ist vor allem sinnvoll für Support Gems. Bei eurem Main Skill Gems, ja, vor allem wenn es ein Spell ist, wenn ihr zum Beispiel mit Arc levelt oder mit Minions etc., würde ich das nicht machen, weil ihr dann natürlich mega, mega, mega viel Damage verliert, weil die sehr stark mit dem Minion Level gerade skalieren, ja, also mit dem Gem Level. Deswegen würde ich da dann für diese Gems GCPs benutzen oder euch eben warten, bis ihr einen kaufen könnt, der schon Quality habt und den in der Offhand mitlevelt, ne. Kommen wir da zum nächsten Punkt. Offhand. Levelt in eurer Offhand, ja, also in eurem zweiten Bereich, wo ihr nochmal Waffen reinmachen könnt, ja. Also ich könnte jetzt hier die Waffe nehmen und könnte die dann in meine Offhand legen. Da könnt ihr Gems mitleveln. Die kriegen auch XP, die könnt ihr nicht aktiv nutzen, aber die bekommen eben auch XP. Also levelt vor allem euren Main Skill. Sobald ihr euch den sechsmal kaufen könnt, schmeißt zwei Wands in eure Offhand, schmeißt eure Main Skill Games da rein, dass ihr die leveln könnt. Kommen wir zum nächsten. Das ist auch ein vielgemachter Fehler, vor allem bei Carousel Damage Taken, Immortal Call, Motonshell, Arcane Surge. Ich habe jetzt mal Arcane Surge genommen als Beispiel. Diese Gems haben alle ein Requirement bzw. eine Grenze, in der die eingesetzt werden können. Arcane Surge jetzt zum Beispiel steht hier, gain Arcane Surge after spending a total of 41 Mana, ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Spellcast in der 41 Mana konsumiert, kriege ich den Arcane Surge Buff, ja. Wenn ich mir jetzt hier angucke, okay, mein Flame Dash, der kostet 46 Mana. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Flame Dash drücke, bekomme ich Arcane Surge. Passt perfekt. Hätte ich den jetzt zu, aus Versehen zu weit gelevelt, ja, dass es jetzt da steht, gain Arcane Surge after spending a total of 50 Mana, dann wäre das zu weit gewesen und ich würde nur jeden zweiten Cast von meinem Flame Dash den Arcane Surge Buff bekommen und das ist kontraproduktiv. Und da gibt es eine Möglichkeit eben, diesen Gems dann runterzuleveln. Und zwar, wenn ihr euren Gems dann einfach verkauft mit einem Orb of Scoring. Und da seht ihr, wir bekommen von einem Level 8 Gems, der wird runtergestuft auf Level 7. Das ist sinnvoll. Das könnt ihr mit einem Level, zwei Level, drei Level machen, je nachdem, wie viel Orb of Scoring es hier reinlegt. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ist nicht ganz immer so sinnvoll, aber es gibt da natürlich auch Sachen, wo sie sinnvoll sind und zwar mit einem Orb of Regret downzuleveln. Das setzt euren Gems auf Level 1. Ist im Falle sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel Alternate-Quality-Skill-Gems habt. Die troppen meistens mit Leveln zwischen 15 und 20 und gerade bei Precision, Vitality oder so, wo ihr ein niedriges Level haben wollt oder bei Movement-Skills, ja, dass sie nicht so viel Mana kosten, will man die halt natürlich auf Level 1 behalten. Und da könnt ihr dann einfach mit einem Orb of Regret die zurück auf Level 1 stufen. So, als nächstes gibt es mal ein bisschen Theorie über Damage. Wie funktioniert Damage auf, was müsst ihr da achten und was gibt das alles für Damage-Sachen? Ich habe euch ja vorhin schon von dem super, super geilen Wende-Rezept erzählt, was ihr auf jeden Fall nutzen solltet, meiner Meinung nach. Das zeige ich euch jetzt hier einmal ganz kurz und vor allem, was das für eine Auswirkung hat, ja. Für das Wende-Rezept brauchen wir eine Wand, die blau ist, ja. Das heißt, wir machen sie einfach blau oder finden eine blaue. Welcher Zeit hier drauf ist, ist erstmal egal und den beachten wir auch mal ganz kurz nicht. Und wir brauchen einen Ring, der jetzt hier aus Versehen blau ist. Der Ring gibt an, welchen Tier an Craft ihr benutzt. Benutzt ihr eben einen weißen Ring, bekommt ihr den Level 8 Craft. Benutzt ihr einen blauen Ring, bekommt ihr den Level 14 Craft. Benutzt ihr einen gelben Ring, bekommt ihr den Level 20 Craft. Das heißt, da werden dann je nachdem eure Tiers eben erhöht. Level 20 ist der, der euch den meisten Damage gibt. Ja, da brauchen wir also einen gelben Ring. Hier auch völlig egal, welche Stats da drauf sind. Und wir brauchen einen Orb of Alteration. Das Ganze gehen wir dann hin zum Händler und verkaufen das. Und wir sehen dann, wir bekommen eine Wand zurück mit Added Damage to Cold Spells, ja. Hier ganz wichtig, Added Damage to Cold, äh, nicht to Cold Spells, Added Cold Damage to Spells. Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Ähm, hier ganz wichtig, da steht Added Damage to Cold Spells, ja. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, ähm, jetzt momentan unser Vortex hätte einen Average Damage von 3096. Da könnt ihr das immer so ein bisschen einfach ganz kurz schnell abprüfen. Ja, unser Vortex ist natürlich ein Spell. Das heißt, er profitiert von Spell Damage. Korrekt. Wenn wir die Wand jetzt anziehen, im Vergleich, ich ziehe jetzt mal hier einfach eine an mit 30 Spell Damage, nur einfach oben drauf, ja. Geht unser Damage hoch auf 3400. Von 1100 auf 3400. Ist okay. Wie viel würde dann jetzt aber der Unterschied machen, wenn ich jetzt hier eine mit Cold Damage anziehe? Und da sehen wir, das sind dann 3520. Also deutlich nochmal ein bisschen mehr. Hallo, wir reden hier von kleinen Rolls, die wir am Anfang der Liga bekommen. Also, ihr seht, das ist deutlich schon mal ein stärkerer Effekt, der da dann draufkommt und euch mehr Damage gibt. Definitiv. Und das wollt ihr eben auch machen. Was ihr jetzt aber nicht machen wollt, und das ist ein sehr häufiger Fehler, dass das Leute einfach nicht wissen, ist, ihr wollt sowas nicht benutzen. Da denkt ihr so, ja warum? Hier ist doch nur 13 bis 23 Cold Damage und hier ist 9 bis 153 Lightning Damage. Ja, aber hier steht explizit Edit Cold Damage to Spells. Wenn wir uns die Wand oben angucken, der weiße Text, der da oben steht, hier sehen wir Wand, Physical Damage, Grid Chance und Attack Speed, ja. Hier steht nichts von Cold Damage. Das bedeutet, unser Cold Damage wird nur direkt auf unseren Spell gezählt, nicht auf die Waffe. Diese Stats, die da oben stehen, die zählen nur für die Waffe. Das heißt, wenn wir Angriffe, Attacks mit der Waffe benutzen, wie zum Beispiel Kinetic Blast, Kinetic Bolt oder eben Power Siphon, solche Sachen, so Wand Attacks, ja. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier uns diese Wand angucken, da denkt ihr alle zwar so, oh guck mal, da ist 9 bis 153 Lightning Damage drauf, aber ihr seht das oben in dem weißen Text, in dem weißen Feld, ja, nicht Feld, aber in dem weißen geschriebenen. Da steht jetzt nicht nur Physical, sondern auch Elemental Damage, die sind 9 bis 153. Das bedeutet, der zählt nur, ja, und wirklich nur für Attacks und nicht für Spells. Ich kann euch das Ganze zeigen. Wir haben hier die Wand drin. Unser Damage ist 3520. Wenn ich die Wand wechsle, bin ich bei 1400, so wie es vorhin eben war, mit nur dem Implicit. Das bedeutet, dieser Stat gibt uns nichts dazu. Das ist nur für Angriffe. Wenn ihr also ein Attack-Bild spielt oder sonst irgendwas, dann wollt ihr den Stat haben, spielt ihr ein Spell-Bild, wollt ihr den definitiv deklarierten Cold Damage 2 Spells haben. Danach gibt es dann noch weitere Stats, wie zum Beispiel Increased Cold Damage, Increased Spell Damage. Diese Stats sind natürlich auch alle sehr, sehr gut. Welcher besser ist, hängt ein bisschen von eurem Gem ab. Hier steht ganz unten bei eurem Spell steht eine Zeile, Effectiveness of Added Damage, 30%. Das bedeutet, dass diese Added Cold Damage 2 Spells nur einen 30% Effekt haben. Das heißt, die sind nicht so stark, sondern da ist es dann besser, wenn ihr einfach Increased Spell Damage, Increased Cold Damage, Increased Fire Damage. Solche Stats sind dann viel, viel besser dafür geeignet. Wenn ihr jetzt aber einen Spell habt, der Effectiveness of Added Damage von 250% hat, dann guckt, dass ihr viel, viel Added Damage bekommt. Natürlich aber auch trotzdem immer noch ein bisschen Spell Damage und so nebenbei. Und als letztes haben wir den sogenannten More Multiplier. More Multiplier finden wir auf allen Fällen auf Support Games und auch auf einigen Uniques oder auch manchmal auf dem Skilltree. Und More Multiplier ist einfach nicht additiv, nicht multiplikativ, sondern wirklich so am Ende, wenn euer ganzer Damage fertig kalkuliert ist, habt ihr dann nochmal ein More Multiplier. Das heißt, wenn ihr 100 Damage macht, macht ihr da mit 39% More einfach dann 139. Also wird wirklich einfach dann obendrauf gerechnet. Das ist der allergrößte Damage Increase, den ihr bekommen könnt. Der hat aber auch verschiedene Namensgebungen, sag ich jetzt mal. Also von euch aus und von Support Games aus steht da immer dann More Damage, More Area Damage, More Spell Damage etc. Aber es gibt auch noch einen anderen Mod und zwar ist er vor allem bei der Bottled Face bekannt. Und zwar ist das Enemies Take Increase Damage. Das ist genau derselbe, hat genau denselben Effekt und hat genau dieselbe Stärke. Es gibt auch noch einen Mod auf dem Kopf und zwar Nearby Enemies haben Minus Fire Resistance. Der hat von der Gewichtung her genau dieselbe Stärke und gibt euch genau so einen krassen Damage Increase. So, als nächstes haben wir ein paar Sachen, die einfach sehr interessant sind zu wissen, die einige vielleicht auch nicht wissen. Und zwar gehen wir jetzt so ein bisschen auf Currency und ihren Usage ein. Da haben wir als allererstes Orb of Bindings. Ja, Orb of Bindings sind early in der Leak Start mega, mega geil, weil ihr kriegt einfach gratis vier Links. Aber man kann die auch später benutzen und zwar einfach als Alchemy Orbs. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Wand. Eine Wand hat nur drei Sockel, aber ich kann es halt trotzdem benutzen. Ja, und ich habe sogar dann ein Dreiling bekommen. Ich kann es bei Maps benutzen. Ich kann es bei jedem Gear benutzen. Ich kann es bei Jewels benutzen. Das Einzige, wo es nicht funktioniert, ist bei Strongboxen. Aber wenn ihr einfach keine Alchemies mehr habt oder Alchemies erstmal sparen wollt, warum auch immer, könnt ihr auch einfach Orb of Bindings benutzen. Als nächstes, was ihr auch benutzen solltet, sind Currency Items, die eure Quality in Creason. Sowohl der Plexmus als auch der Armor Scrap. Ja, warum? Hat einen ganz einfachen Grund. Gerade bei Items, die zum Beispiel viele Links haben, wie Zweihandwaffen und Brüste, erhöht die Quality auf dem Item die Chance, dass mehrere Sockel und mehrere Links drauf kommen. Das heißt, hier ist es einmal ganz wichtig, bevor ihr anfangt, irgendwas zu sechslinken, sei es jetzt ein normales Rare Item, Magic, Normal oder ein Unique, macht zuerst Quality drauf. Es gibt natürlich einige Möglichkeiten, wie June zum Beispiel oder auch wie Beast Crafts, wo ihr eure Quality über 20 machen könnt. Oder auch mit Perfect Fossils könnt ihr das auch machen. Aber das ist natürlich nicht mehr möglich, wenn ihr dann ein fertig gecraftetes Item habt. Da könnt ihr es dann nur auf 20 machen und dann per June nochmal ein bisschen erhöhen. Aber ihr wollt die Quality so hoch wie möglich bekommen, bevor ihr anfangt zu linken. Und noch eine sehr wichtige Sache bei Quality. Quality hat in unterschiedliche Effekte, wie stark sie wirkt, je nachdem welche Rarity das Item hat. Wenn wir uns jetzt hier einfach mal dieses schöne Rare Item anschauen und ich hier Quality drauf machen will und dann einen Redstone benutzt, seht ihr, ich bekomme plus 1 Quality. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Das bedeutet, ich müsste 20 Stück benutzen. Ist jetzt bei einer Wand nicht so schlimm, aber nehmen wir es mal an, das funktioniert auch mit Chiseln, ja. Wenn ich das Item jetzt aber blau hätte, ja, so wie Flask zum Beispiel, ne, und dann einen Blacksmith Sweatstone benutze, bekomme ich plus 2 Quality drauf, ja. Das heißt, ich hätte schon sogar nur die Hälfte gebraucht, um dann auf 20 Quality zu bekommen. Aber jetzt kommt der Giga-Forhead-Move. Wenn ich das auf ein weißes Item mache, bekomme ich sogar plus 5, ja. Und damit würde ich bei einem weißen Item auch nur 4 Blackstones benutzen. Das macht man vor allem eben bei Maps. Maps immer erst weiß machen, dann Chisels drauf machen. Bei Flask, wenn man halt schon eine gut gerollte hat, kann man sie auch nachher drauf machen, weil es halt plus 2 wenigstens gibt. Aber ansonsten guckt echt immer, dass ihr das Item vorher weiß macht. Ich meine, am Ende habt ihr so viele von denen, dann ist es eh nicht mehr so wichtig. Aber bei Chiseln und vielleicht bei Class Blower Bubbles solltet ihr drauf achten. So, kommen wir ganz schnell nochmal zu den Orb of Horizons. Die haben wirklich sehr, sehr viele verschiedene Einsatzgebiete. Nicht nur, dass man damit jetzt halt eben Maps umrollen kann, wenn man halt mal andere Maps braucht, sondern wir könnten damit auch Shaper Guardian Maps umrollen. Und zwar in andere Guardian Maps, ja. Beispiel, ihr habt jetzt zum Beispiel zwei Chimera, eine Hydra, eine Phoenix, aber euch fehlt ein Minotaur. Das heißt, ihr könnt einfach hingehen und könnt diese eine Chimera umrollen und habt einen Minotaur. Natürlich wird das nicht beim ersten Mal funktionieren, aber so könnt ihr eben eure Shaper Garniants umrollen. Bei den Elder Garniants funktioniert das leider nicht, weil die Elder Garniants eine Base Map haben. Die Hydra Map ist ja zum Beispiel eine Hydra Map. Die hat keine Base, so wie Burial Chambers. Wenn ich es jetzt hier drauf benutzen wollen würde, würde es zwar gehen, aber ich würde nur die Map umrollen, nicht den Elder Slayer, den Enslaver, der da drauf ist, ja. Sondern ich roll dann einfach nur Caldera, Burial, etc. da die Maps durch. Und wenn wir schon gerade bei Maps sind, machen wir da auch ein bisschen weiter. Und zwar ist das eine coole, coole Sache für Mapper oder auch für so Casual Mapper, aber vor allem für die großen Mapper. Und zwar, wenn ihr eure Maps juicen wollt und nicht jedes Mal wieder neue Scarabs reinlegen wollt. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, dass ihr einfach Stacks reinlegen könnt. Ich nehme jetzt mal hier einen Stack Legion Scarabs, einen Stack Preach und wir machen noch Expedition dazu. Und ich habe Lust auf Habinger. Und dann gehe ich hin und nehme meine Map, die ich dann laufen will und gehe dann an mein Map-Device, schmeiße die Map rein, schmeiße die 10 Stacks von unseren Scarabs rein, öffne die Map und wenn ich dann drauf gucke, wurde einer runtergenommen, aber sie sind noch alle 9 drin. Und danach kann ich einfach die nächste Map reinmachen und dann die nächste und die nächste. Und ich muss nicht immer wieder die Scarabs neu aktivieren beziehungsweise mir neu zusammensuchen. Alle 10 Maps natürlich. Aber ist ein bisschen kleiner Quality of Life Vorteil. Was auch ein Quality of Life Vorteil ist, ist, dass ihr eure Sacrifice-Fragmente benutzen solltet. Und zwar nicht, um an Siri zu laufen, sondern um Quantity zu bekommen. Das ist vor allem sehr interessant für Plight Farmer, weil Plight ja sehr gut mit Quantity skaliert. Und zwar könnt ihr einfach anstelle jetzt eines Scarabs auch zum Beispiel hingehen und könnt ein Sacrifice-Piece da reinlegen und 3 Scarabs. Und dann bekommt ihr für ein Sacrifice-Piece 5% Item Quantity auf die Map. Das funktioniert mit allen Sachen, die hier drin sind. Natürlich ist es aber gerade zum Beispiel bei Zeros-Emblemen vielleicht ein bisschen teurer, aber dafür geben die 10%. Ich würde sie trotzdem nicht benutzen. Wenn ihr 10% haben wollt, dann nehmt vielleicht die Uber-Adsiri-Fragmente. Gerade später in der League könnt ihr da einige haben. Aber ansonsten Uber, Elder oder Zeros oder Shaper würde ich nicht benutzen. Aber eben Sacrifice-Pieces geben 5%, alle anderen geben 10%. Ist sehr gut, vor allem für Plight. So, ich habe jetzt leider kein Trinket an, aber ein Trinket ist sehr, sehr cool, weil ihr könnt euer Trinket inkubatieren. Also ihr könnt einen Incubator auf euer Trinket machen. Ich habe jetzt hier auch leider gerade keine Trink... Oh, doch, ich habe Incubator gefunden, ne? Ihr könnt eure Incubator hier ja auf jedes Item drauf slappen, wo ihr macht und könnt es auch auf euer Trinket. Wo ihr es nicht drauf machen könnt, ist auf Flask. Leider, das wäre sehr, sehr cool. Und ihr könnt es auch nicht auf eure Offhand machen. Ihr könnt es zwar drauf machen, aber da bekommt es keinen Progress, also es bekommt da keine Kills. Also wenn ihr am Anfang der Liga vielleicht mal schnell irgendwie einen Kumpel habt, der Heist läuft oder der Blueprints macht oder selbst auch einen machen wollt, dann geht hin, holt euch ein Trinket. Ja, die Trinket-Plueprints sind auch immer gekennzeichnet. Wir gehen hier mal kurz an den Heist-Locker. Und zwar steht hier oben, Heist-Target, Thieves-Trinket or Currency. Ja, und da ist dann in der Mitte so ein Altar, den müsst ihr einfach ganz kurz anklicken und dann bekommt ihr da unten den Slot freigeschaltet. Dann nehmt ihr euch erstmal irgendeinen Trinket. Ja, es ist egal, ob das gut ist oder nicht. Hauptsache ihr habt einen Trinket an und dann könnt ihr da Inkubatoren drauf machen. Kommen wir ganz kurz zum Labyrinth. Manche lieben es, manche hassen es genauso wie heißt. Aber eine Sache, die da ganz wichtig ist und da gibt es nämlich Leute, die so ein bisschen Panik dann manchmal schieben. Wenn ihr im Labyrinth seid und ganz am Ende euer Helm oder eure Boots, eure Klofts dann entchanten wollt oder euren Gürtel und dann euer Item da drin liegen lässt oder ihr dann ein Disconnect habt, wenn euer Item gerade im Fond liegt, also in dem Lab Enchant System, braucht ihr keine Angst haben, dass das Item dann weg ist. Nein, das Item befindet sich dann an eurer Crafting Bench und ihr könnt euch das da dann einfach wieder abholen. Das liegt da drin. Genauso funktioniert das auch andersrum. Ihr könnt ein Item in die Crafting Bench reinlegen und habt es dann im Labyrinth im Fond drin. Ob das sinnvoll ist, muss man wissen. Theoretisch aber nicht. Und wenn wir gerade beim Lab sind, kommen wir zum nächsten Punkt, was Lab betrifft und zwar Ascendancy Changes. Natürlich könnt ihr auch einfach eure Ascendancy Points respecken. Wenn ich jetzt hier einmal hingehe und die respecken würde, seht ihr, das kostet fünf normale Refund Points. Also für einen Punkt, egal ob groß oder klein, bezahlt ihr fünf Refund Points. Das heißt, ihr könnt so dann in der Ascendancy wechseln. Ihr könnt aber auch die Ascendancy komplett wechseln. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel ein Assassin seid und ihr wollt den neuen Trickster austesten, dann braucht ihr halt einmal achtmal fünf, also 40 Respeck Punkte. Und dann, ganz ganz wichtig, ihr braucht nicht das Uber Lab zu laufen. Es reicht vollkommen das normale Lab zu laufen. Ihr geht rein, killt alles, macht alles tot, lauft durch. Wenn ihr dann Isaru am letzten Punkt getötet habt, dann geht ihr an euren Stashtab, nehmt die Respeck Punkte, Respeckt alles, dass ihr null Punkte in eurer Ascendancy drin habt und geht dann zu dem Ascendancy Schrein. Und dann habt ihr die Möglichkeit eben zu wechseln auf Trickster oder eben auf den Saboteur. So, kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen meiner Meinung nach Punkt. Und zwar ist es der Leak-Mechanik-Hotkey. Es gibt einen festgesetzten Hotkey für die Leak-Mechaniken. Bei mir ist es glaube ich V. Ich glaube, das ist auch der allgemeine Default-Key für Leak-Mechaniken. Und zwar wirklich egal, wo ihr gerade seid, an welcher Leak-Mechanik, es ist immer V. Ich bin es momentan in heißt, wenn ich hier V drücke, geht die Leak-Mechanik auf. Also das Fenster, was zu der Leak-Mechanik eben related ist. Und wir sehen, hier haben wir dann unsere Begleiter, die wir dann ausrüsten können. Seid ihr zum Beispiel auf einer Map und habt Expedition vor euch, könnt ihr mit V automatisch die Explosives nehmen und eben setzen, wo ihr hinwollt. Seid ihr in Incursion reingegangen auf der Map und steht da noch am Anfang und wisst gar nicht mehr, oh, wo war denn jetzt was? Wen muss ich denn töten? Gehe ich nach oben oder nach unten? Könnt ihr V drücken und kommt da dann wieder auf das Bild und könnt es euch nochmal angucken. Ihr habt ja am Anfang diese Craze-Zeit, wo nichts passiert. Das könnt ihr auch in der Delft machen. Das könnt ihr, also jede Liga-Mechanik, die ein extra Fenster hat, sehr wahrscheinlich dann auch die neue Liga-Mechanik aus League of Calandra, könnt ihr einfach mit V aktivieren, beziehungsweise in das extra Fenster damit reinkommen. So, und das nächste geht nicht mehr um das Game an sich, sondern es geht um die Trade-Seite. Und zwar gibt es da einen, ich nenne es jetzt mal einen Hack, der euch das Leben ultra immens vereinfacht. Und zwar ist das das Tilt-Symbol. Dieses Symbol findet ihr auf eurer Tastatur neben der Enter-Taste, da wo das Plus ist, da rechts davon, diese kleine geschwungene Linie. Und die drückt ihr ganz einfach, wenn ihr Alt, G und Plus drückt. Und dann seht ihr hier diesen kleinen Strich aufpoppen. Aber was macht ihr damit und was bringt das Ganze? Und zwar, das hat einfach zur Folge, dass ihr Sachen nicht suchen müsst, so wie sie heißen, sondern sehr flexibel darin seid, was in eurem Search-String eben drinsteht. Bestes Beispiel sind zum Beispiel Watchers-Eyes. Ich weiß nie, wie die Watchers-Eyes richtig formuliert sind. Ich sage jetzt mal, ich suche nach While-Effected und dann sehe ich aber auch wirklich dann welche. Hier wurde dann While-Effected by Hero of Agony und While-Effected by Haste Position etc. Und da seht ihr, wenn ich jetzt aber was anderes schreiben würde, ich würde jetzt nicht While-Effected by schreiben, sondern würde schreiben While-Anger, dann sehe ich nichts mehr, weil es nicht der genaue Wortlaut ist. Das könnt ihr aber umgehen mit diesem Tilt-Symbol. Wenn ich jetzt dieses Tilt-Symbol eingib und While-Anger schreibe, müsst ihr auch Anger schreiben und dann seht ihr, kommen alle Sachen mit While und Anger in ihrem Search-String. Und gerade hier jetzt für die, wie gesagt, für die Watchers-Eyes, hier While-Effected by Anger, Gain Fizz as Extra Fire, Crit-Multi, sehe ich all diese Mods. Und ihr könnt es sogar theoretisch noch höher treiben. Ihr müsst noch nicht mal While-Anger schreiben, sondern einfach nur While-Anger. Und dann seht ihr auch hier, okay, da sind es noch einige anderen Sachen dabei, aber es reicht wirklich, ganz kürzeste Sachen zu schreiben. Und ihr müsst noch nicht mal die Reihenfolge schreiben, sondern ihr könnt auch einfach schreiben so Anger-While und kommt trotzdem wieder auf diese Sachen. Das ist vor allem sehr gut, wenn ihr nicht wisst, wie irgendwelche Mods heißen. Ja, zum Beispiel diese Increased Maximum Energy Shield Recovery Rate Recharge. Ihr habt keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich mache einfach Energy Recovery. Ja, ähm, Recovery. Ne, müsst ihr auch richtig schreiben, ne? Und dann sehe ich hier, oh da, Recover Energy on Kill. Oh, stimmt, den gibt es ja auch noch, ne? Und dann hier, Increased Energy Shield Recovery Rate. Ah, das ist der, den ich gesucht habe, ne? Also, dieses Zeichen ist wirklich Gold wert. Es soll es auch als Extension geben. Die habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert, beziehungsweise nicht installiert. Kann ich euch nichts dazu sagen. Aber wenn ihr die mal probieren wollt, könnt ihr es gerne machen. Gebt mir kurzes Feedback, schreibt in die Kommentare, ähm, ob das auch gut funktioniert. Diese Extension soll euch dieses Symbol automatisch immer in jede Suche einfügen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Ja, das Video würde auch lang genug. Aber 40 Tipps brauchen eben viel Zeit. Und zwar sind es Stashtabs. Stashtabs sind super wichtig. Ähm, ich empfehle euch allen, ja, wenn ihr das Spiel plant, länger zu spielen. Oder schon länger spielt, ne? Wir haben so einige tausend Stunden schon auf dem Konto. Dann investiert in Stashtabs, weil das ist wirklich ein sehr, sehr großes Quality-of-Life-Feature, ja? Und kauft euch die Stashtabs. Also jetzt kommt eigentlich der eigentliche Tipp. Kauft euch die Stashtabs nicht einfach so, sondern nehmt die Zeit, wartet, bis der Stashtab-Sale da ist, ja? Oder, ich weiß, das hört sich nach einem echt doofen Tipp an, ne? Aber so spart ihr halt ein paar Euro. Wenn ihr euch halt 10 Tabs kaufen wollt, spart ihr euch halt 20, 30 Euro direkt. Na? Und, ähm, das lohnt sich wirklich. Stashtab-Sale ist immer am Anfang der Liga. Also immer, wenn eine neue Liga startet, sollte jetzt entweder dieses Wochenende oder dann nächstes Wochenende sein. Und da könnt ihr dann ordentlich zulangen. Und apropos ordentlich zulangen, kommen wir jetzt nochmal zu einem, hach, unschönen Thema. Und zwar Trades, ja? Gerade Scamming, ja? Hier der Tipp wirklich, checkt eure Trades mehrfach, 10-fach, 100-fach, ja? Je teurer der Trade ist, desto öfter checkt ihn, ja? Vor allem, wenn es um Sachen geht wie Doktor-Karten, Sex-Links und, 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 und. Und vor allem, sobald der Gegenüber den Trade einmal abbricht, seid zu 1000% alarmiert, ja? Weil das ist diese, diese Standardmasche, ne? Ihr, ihr kommt in einen Trade rein, er legt euch einen, äh, einen Sex-Link in den Trade und ihr legt euch dann, keine Ahnung, die 130 Chaos da rein. Und dann schreibt er so, oh, sorry, ich hab keinen Platz für 130 Chaos, weil das sind ja 13 Plätze, ähm, lass mich kurz Platz machen. Und dann habt ihr euch ja schon gesehen, das war ja ein Sex-Link, was er dir geben wollte. Und dann tradet er dich wieder an und dann legt er zum Beispiel das hier rein. Und wenn ihr so schnell drauf guckt, sieht das aus wie ein Sex-Link, ja? Ja, ist doch Sex-Link, oder? Ja, aber hier zum Beispiel ist keiner, ne? Also, sie arbeiten dann immer mit gerade Uniques, wo man, äh, hier den Background so ein bisschen verwechseln kann, weil hier kein Strich dann ist, ne? Oder auch hier bei Impulsar, ne? Sieht fast aus, also wenn man schon gesehen hat, dass es ein Sex-Link ist und dann nochmal schnell drauf guckt, ja, ja, es sind Links da, ne? Ist ein Sex-Link, ne? Ist es nicht, ne? Gerade auch bei Doktor-Karten. Es gibt einige Karten, die sehen aus wie ein Doktor, ne? Achtet da drauf. Ähm, achtet drauf, wenn ihr Sachen bei euch kauft, ja? Ähm, auch da gibt es wieder so Sachen so, oh, sorry, ich hab mich verklickt oder ich hab das Stack nicht richtig gezogen, wenn er 18x oder so irgendwas bezahlen musste. Und er legt dann 20x rein und bricht dann ab und sagt, oh, hey, sorry, ich hab das Stack nicht gezogen. Und dann legt er euch als nächstes 1 und 8 rein, ja? Weil ihr guckt dann nur schnell, ah ja, er hat mir ja vorhin 10 und 10 gegeben, ne? Warum sollt er, ne? Und dann legt er 1 und 8 rein, weil ihr seht dann nur 1, ja, okay, 1 ist 10, ne? Und dann 8 und nehmt an und ihr wurdet gescammt. Also achtet bei teuren Trades, ne? Achtet auf jeden Fall drauf, nicht gescammt zu werden. Weiter geht's mit Trades und zwar geht's da jetzt um das erste Trade-Tool, beziehungsweise Makro kann man schon fast sagen. Und zwar ist es Awakened PoE Trade. Das ist das, was ich momentan nutze und ich finde, das ist eins der besten. Ihr könnt damit einfach mit einem Shortkey, könnt ihr auf die Items gehen, ihr könnt die Items direkt checken. Ihr könnt die Stats eingeben, genau wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt ein Maxroll-Item gefunden habt in der nächsten Liga, wird es sehr cool. Ihr habt die Möglichkeit, hier mit einem Reiter zu ziehen, was sehr nice ist. Ihr könnt es per Hand eingeben. Ihr könnt auf die Search gehen, könnt dann direkt auch nochmal in den Browser dadurch reingehen, wo ein extra Browser aufgeht. Und könnt da Sachen nochmal speziell dann einstellen, ja? Hier seht ihr dann die Sachen, was alles wert ist und so. Und das ist wirklich ein immens gutes Tool, was sehr, sehr gut gemacht ist und sehr gut funktioniert und legal ist, ja? Also es ist nichts gegen die TOS. Und was ihr zusätzlich dazu habt, ihr habt die Möglichkeit eben Makros zu machen, wie für ein Lockout. Ja, ich habe jetzt hier mein Lockout-Makro zum Beispiel. Und ich habe auch ein Hideout-Makro, dass ich dann in meinen Hideout komme, durch eine einfache Tasten-Klick, ja? Normalerweise könnt ihr das durch Slash-Exit und Slash-Hideout machen. Aber so könnt ihr es halt einfach auf eine Taste legen, auf F-Tasten oder Maustasten etc. Und es funktioniert ein bisschen schneller. Also schaut da auf jeden Fall mal, was es für Tools gibt. Es gibt sehr, sehr viele, die sehr, sehr hilfreich sind. Was auch sehr, sehr hilfreich war eine lange Zeit, ist das TFT-Discord. TFT-Discord wird jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen an Popularität verlieren, weil es eben keine Harvest-Crafts mehr gibt, die so valuable sind zum Verkaufen mäßig, ja? Also gibt es da jetzt nur noch Sachen wie Cluster-Jules verkaufen, äh, nicht Cluster-Jules, Timeless-Jules verkaufen, Rotas anbieten, Boss-Services, Carries anbieten, Challenge-Carries anbieten etc. Aber auch hier wirklich, wenn ihr so irgendwelche Sachen braucht oder sowas machen wollt, als Farming-Strategie, dass ihr Boss-Services anbietet oder dass ihr Chajula-Carries anbietet, ja? Also für XP-Runs oder Timeless, äh, also 4-Ways, 5-Ways etc. Dann checkt auf jeden Fall das TFT-Discord. Das ist eins der besten Community-Discords für Part of Exile und da findet ihr alles. Also wenn ihr irgendwas sucht, da findet ihr die Antwort, garantiert. Wo wir dann auch schon beim nächsten Tool wären und zwar Part of Building, die Community-Forg-Edition. Die Community-Forg hat einen kleinen Vorteil gegenüber der normalen Edition und zwar, dass halt einfach irgendwelche Suchties, die No-Lifen und PoE lieben, genauso sehr wie wir hingehen und so schnell wie möglich alle neuen Sachen in Part of Building eben reinbasteln, dass wir dann eben das beste Feeling haben und alles eben up-to-date ist. Ähm, das solltet ihr euch auf jeden Fall runterladen und installieren und damit könnt ihr eben eure Builds planen. Ihr könnt den Skill-Tree und, ne, auch gerade wenn ihr Builds-Guide verfolgt und so, könnt ihr alles sehen und könnt rumbasteln und probieren, wie was funktioniert. Und eine sehr, sehr coole Funktion hat das auch noch, die ich immer sehr, sehr gerne benutze, ja? Und zwar ist es die, ich nenne es mal die Damage-Vergleich-Funktion, ja? Ist eine sausau coole Sache und zwar gerade am Leak-Start und ihr habt nicht so viel Ahnung vielleicht und ihr spielt ein Spell und wisst nicht, oh, hey, ich habe jetzt da eine Wand gefunden und ist sie jetzt eigentlich besser? Natürlich, ihr könnt es in-game einfach probieren, ne, so wie wir es ja vorhin gemacht haben, indem ihr dann einfach die Wand nimmt und dann anzieht und guckt, hey, ist das jetzt besser? Oh ja, guck mal, da ist 2,8 und hier die Wand gibt mir jetzt 3,4. Oh, nice, also ist die Wand besser, also behalte ich die, ne? Aber gerade so Sachen wie zum Beispiel Uniques hier mit Plus-1-Power-Charge wird eben nicht mit alt gehalte, ne, weil wir gerade keine Power-Charges haben, also steht es nicht im In-Game-Tooltip drin, sondern eben nur, wenn wir Power-Charges hätten und das Ganze können wir dann eben testen, wenn wir in Path of Building gehen. Dazu gibt es einen Trick und zwar die ganz normale Copy-Paste-Funktion. Ihr könnt Items hier einfach Copy-Pasten, egal welches. Ich gehe jetzt einfach mit der Maus hier über die Void-Battery, drücke STRG-C, das Item ist gekopiert, genauso mit den Rolls, genauso mit der Quality etc. und gehe jetzt hier einfach auf der Item-Seite und drücke STRG-V und zack ist da meine Void-Battery. Und dann muss ich nichts anderes mehr machen, außer zu gucken, okay, wenn ich dieses Item mit der Wand ersetzen würde, ja, also ich hoffe, ihr seht es noch, ne? Ich schiebe mich mal ganz kurz ein bisschen zur Seite, so. Wenn ich dieses Item mit der Wand ersetzen würde, würde ich 7% Damage verlieren, hätte aber 6% mehr Castrate, 3% mehr Crit-Chance, 30% weniger Crit-Multi und so weiter und so weiter. Ja, okay, bei dem müssen wir jetzt gucken, okay, Power-Charges sind an, funktioniert, ne? Kann das Ganze dann aber auch hingehen und kann das dann eben mit der Rare Wand probieren. Okay, ich habe jetzt hier die Rare Wand, ja, Copy-Paste, gehe hier rüber, füge die ein, gucke, oh, ja, ne, oh, die Wand ist definitiv nichts, ne? Also, so könnt ihr dann auch noch ganz schnell Items checken, ob die besser sind als eure, ob sie euch was bringen. Das Ganze könnt ihr auch über die Trade-Seite machen, ja? Wenn ihr auf der Trade-Seite nach neuen Waffen sucht, gibt es auch unten einen kleinen Button, wo ihr das Item kopieren könnt und dann hier einfach STRG-V einfügen, vergleichen, fertig. So, kommen wir zum letzten Punkt auf der Liste. Ja, wir haben es endlich geschafft und dieser Punkt ist vor allem für, ich sage mal, für Neulinge sehr, sehr wichtig, weil er sehr irreführend aus dem realen Leben ist. Und zwar geht es um Bulk-Sales, ja? Ja, Bulk-Sales ist eine Sache, die eigentlich ganz logisch ist, aber auch eigentlich gar nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Einfaches Beispiel. Ihr geht in den Laden und ihr kauft euch ein paar Socken. Das kostet zwei Euro. Nebendran ist ein Tisch, da steht, ey, wenn ihr drei Paar Socken kauft, bezahlt ihr fünf Euro. Das heißt, ihr bekommt ein Angebot, ja? Weil ihr mehr kauft, bezahlt ihr weniger. In Pass of Excel ist das Ganze leider nicht so, sondern genau andersrum. Hier bezahlt ihr mehr für die Convenience, nicht zu verschiedenen Leuten gehen zu müssen. Wie ist das gemeint? In PoE bezahlt ihr für ein paar Socken zwei Euro. Wenn ihr aber drei Paar Socken haben wollt, dann bezahlt ihr nicht nur sechs Euro, sondern sieben oder acht Euro. Warum? Weil eben der Händler im Real Life hat ein sehr, sehr großes Repertoire an, also hat ein sehr großes Lager, ja? Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr da einfach sehr, sehr viel kaufen könnt. In PoE ist es aber nicht so. Viele Items, gerade so Special Items wie Special Essenzen, sind sehr, sehr selten. Und meistens muss man, um eine größere Menge zu bekommen, zu verschiedenen Händlern gehen und eben bei verschiedenen Leuten einkaufen. Deswegen bezahlt man in PoE mehr, wenn man mehr von der gleichen Sorte hat, weil man dann eben nicht diesen Nachteil hat, zu verschiedenen Händlern zu laufen. Das heißt, man bezahlt mehr, um den Vorteil zu haben, bei einem Händler zu kaufen. Also merkt euch das, wenn ihr zum Beispiel eine Essence of Hysteria habt, die zehn Chaos kostet, ja? Und ihr wollt jetzt aber zehn Stück verkaufen, verkauft sie nicht für 100 Chaos, sondern guckt dann, ja, ihr könnt das auch hier zum Beispiel eingeben. Ja, ihr könnt hier nach einem Stock dann suchen und sagt dann, okay, ich will es nach Händlern gucken, die mindestens zehn Stück haben. Und dann kriegt ihr hier einen Wert angezeigt. Das ist bei mir nur gerade Error, weil ich es noch auf Liga stehen habe und wir nicht in der Liga mehr sind. Ich könnte jetzt auch hier einfach dann auf Standard gehen, könnte es speichern und könnte mir das Ganze dann nochmal angucken. Upsala. So, wir sehen, eine Hysteria hat einen Wert von 13 Chaos so ungefähr. Es fängt hier schon an, so bei sechs Chaos für eins, drei. Okay, der Sechser ist er wahrscheinlich nicht. Aber hier so 13, 14, 18, etc. Aber ihr seht schon, die haben zwei, eins, drei, zwei, drei, drei. Also die haben alle sehr, sehr wenig, ne? Und der Preis geht relativ schnell nach oben. Wenn wir jetzt wirklich mal nach einem Stock gucken, der sehr, sehr hoch ist. Ich habe jetzt einfach mal einen Hunderter Stock gemacht, ne? Da sehen wir, da bezahlen wir schon 55 Chaos dann, weil er eben so viele hat, ja? Ja, wir können es dann natürlich anpassen und sagen, okay, guckt mal ab, upsala, guckt mal ab, Leute, die 15 Stück haben, ne? Seht, jetzt sind es 40 Chaos der Preis, ne? Also guckt da immer auf eure Anzahl und auf euren Balk eben, ja, auf eure Menge, die ihr verkaufen wollt, dass ihr da den Preis richtig eingibt. Das waren jetzt roundabout 40 plus minus 300 Tipps gefühlt, ja? Ich bin schon seit über einer Stunde am Labern, aber es sind wirklich einige Sachen dabei, die selbst ich nicht kannte. Einige Sachen dabei, wo ich mir denke, das müssen Neulinge auf jeden Fall erfahren. Und einige Sachen dabei, die sich einfach über die Zeit auch immer wieder ein bisschen ändern, ja? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr am Leakstadt bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbeischaut. Denn wir werden SSF spielen, die ganze Liga über, und zwar Placing Salvo Inquisitor. Und ich werde auch so ziemlich die erste Woche voll durchsuchten. Also ihr findet mich da jeden Tag auf twitch.tv slash vicious619. Würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was war der Tipp, oder der Trick, den ihr noch nicht kanntet, ja? Also bei mir war es zum Beispiel dieser Safe Hideout, wusste ich gar nicht. Oder Atlas Passives, wusste ich auch echt nicht. Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Gude. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.